Bitcoin ist wieder zum Leben erwacht, deswegen sollten wir keine Zeit verlieren und starten damit also direkt in die aktuelle Marktsituation. Wir sehen es hier gerade schon, die globale Kryptomarktkapitalisierung ist auf einen Wert von 2,31 Billionen US-Dollar angestiegen. Das heißt, ein Plus von 2% sehen wir hier gerade und das spiegelt sich auch beim Bitcoin-Preis wieder. 62.700 US-Dollar sehen wir hier gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das bedeutet ein Plus von 2,54% in den letzten 24 Stunden. Und wir kennen es natürlich nicht anders, die meisten Altcoins sind diesem Beispiel selbstverständlich wieder gefolgt. Und genau deswegen sollten wir uns mal mit den wichtigsten Bitcoin-Daten beschäftigen, um die Frage zu klären, ob wir im Laufe der aktuellen Woche mit einem Bitcoin-Preisanstieg rechnen können. Und auch dazu habe ich selbstverständlich wieder einen Beitrag auf X veröffentlicht. Unten in der Videobeschreibung findest du mein Profil, dort kannst du gerne mal vorbeischauen. Und heute Morgen standen wir noch bei 61.200 US-Dollar und wir sollten natürlich auch dabei einen der wichtigsten Trends uns mal angucken. Und zwar ist das unter anderem der Coinbase Premium-Trend. Und das ist in dem Fall ein führender Indikator, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, welche Richtung der Bitcoin-Preis in der nächsten Zeit durchaus veranschlagen kann. Und aus den Daten, die wir gerade sehen, geht hervor, dass der Preis oft gestiegen ist, wenn der Coinbase Premium-Trend negativ ist und sich von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend umkehrt. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Fall, als Grayscale die Klage gegen die SEC gewann, um den Grayscale Bitcoin-Trust in einen ETF umzuwandeln, was zu einem erheblichen Preisanstieg geführt hat. Und derzeit ist der Coinbase Premium-Trend positiv nahe Null. Und wenn sich dieses historische Muster wiederholen sollte, haben wir möglicherweise extrem gute Erfolgsaussichten, dass wir hier nochmal eine Trendumkehr erleben und dass wir eben diese Erholung demnächst sehen werden. Und die Auswirkungen auf Bitcoin sind damit also ganz klar, sollte sich eben der Coinbase Premium-Trend ins Negative wenden und anschließend wieder ansteigen, könnte das durchaus ein potenzielles Signal dafür sein, dass wir einen Anstieg in der nächsten Zeit sehen können. Und das ist durchaus eine bullische Perspektive. Und gerade bei solchen bullischen Perspektiven macht es natürlich absolut Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich BTC und Co. eben akkumulieren kann. Und das funktioniert perfekt über den ersten Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda, der regulierten Plattform mit weit über 4 Millionen Kunden. Und hier kannst du dich gerne mal anmelden. Es gibt hier extrem viele verschiedene Produkte, die du für dich nutzen kannst. Kryptowährungen, Aktien, ETFs und so weiter. Du hast also eine Plattform, auf der alles verfügbar ist. Fiat-Einzahlungen und Auszahlungen sind komplett kostenlos. Sparpläne sind da, Steuertools sind mit angebunden. Also wirklich alles, was du brauchst. Deswegen verliere jetzt keine Zeit und melde dich über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und da es ja immer wieder Stimmen gibt, dass wir wohlmöglich bereits das Top in diesem Zyklus gesehen haben und dass der Bullrun nicht mehr intakt ist, sollten wir hierzu die passenden Daten einmal besprechen, die ich natürlich auch mit aufgeschlüsselt habe. Und zwar geht es in dem Fall um die Signale der Realized Cap. Und hier ist gerade, glaube ich, gut erkennbar, dass wir den Höhepunkt des Zykluses, wenn wir uns die Daten hier angucken, nicht erreicht haben. Die Realized Cap erfasst quasi den Wert jedes UTXO, also jeder Unspend Transaction Output, basierend auf dem letzten Transaktionspreis im Vergleich zum aktuellen Wert. Und die UTXOs repräsentieren den Betrag an Bitcoin, der nach einer Transaktion übrig bleibt. Und die Daten zeigen, dass die UTXO H-Bands derzeit nicht annähernd die Höhepunkte des Bullenmarktes von 2021 erreicht haben. Und ich glaube, das kann man hier sehr, sehr gut erkennen. Und diese Metrik misst quasi aktive individuelle Käufe im Markt und am Markt. Und wenn wir hier extrem hoch stehen, fließt viel Geld in BTC, was auf das Ende des Bullenzykluses hindeuten könnte. Das ist für mich aber eben auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir lediglich knapp 20% des aktuellen Bullenzyklus hinter uns haben. Und dass noch einiges mehr eben bevorstehen wird. Und in dem Atemzug können wir uns auch einmal die Indikatoren rund um die CDDs angucken. Also Coin Days Destroyed, eine wichtige Metrik, um zu bestimmen, ob eben HODLer ihre Coins aktiv ausgeben oder mehr akkumulieren. Ein hoher CDD-Wert deutet auf viele ausgegebene BTC hin, was den Preis drücken könnte. Derzeit liegt der CDD jedoch wieder auf einem Niveau aus dem Jahr 2020, was darauf hinweist, dass HODLing weiterhin die bevorzugte Strategie aller möglichen Investoren ist. Dies könnte zu einer weiteren starken Rallye führen, bevor der aktuelle Zyklus seinen Höhepunkt erreicht. Du merkst also gerade schon, wenn wir uns diese Daten angucken, dass vieles darauf hindeutet und eben klar die Perspektive aufzeigt, dass wir einiges vor uns haben. Das vor allem aber, und das ist glaube ich das Wichtigste, in unserem aktuellen Zyklus das Top noch nicht erreicht ist. Und wir hier wohl noch etwas Geduld mitbringen müssen und HODLing betreiben müssen, um eben uns darauf entsprechend vorbereiten zu können. Übrigens wäre es an der Stelle wunderbar, wenn du dir eine Sekunde Zeit nimmst und direkt mal den Kanal abonnierst hier. Du bekommst sieben Tage die Woche neue Bitcoin-Inhalte, bleibst also kontinuierlich auf dem Laufenden. Damit haben wir eine perfekte Win-Win-Situation. Ich danke dir herzlich für deinen Support. Wir haben ja auch gestern zum Beispiel über den Unrealized Profit & Lose Ratio in die Charta gesprochen, der dann Ende März auf einen Widerstand gestoßen ist. Jetzt habe ich hier eben nochmal weitere Daten von CryptoQuant gefunden, um eben nochmal besser einschätzen zu können, ja wie gerade dann eigentlich die Perspektive darauf ist. Und die Frage ist ganz klar, ob eben dieser Bereich um diese 0,5-Unterstützungszone weiterhin aufrechterhalten bleiben kann oder sogar durchbrochen wird. Denn es gibt eben auch im Laufe dieser Woche einige wichtige Events aus den USA, die wir später im Video noch besprechen werden. US-Inflationsdaten zum Beispiel. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wir einen Preisrückgang sehen können. Also das heißt, kurzfristig könnte es durchaus mehr Volatilität geben. Und das könnte auf der anderen Seite wieder eine geeignete Kaufgelegenheit sein, die man dann eben kurzfristig für sich nutzen kann. Und trotz dieser Perspektive zeigt eben auch der Cycle Extreme hier auf, dass wir absolut keine On-Chain-Daten haben und keine Signale sehen, die darauf hindeuten, dass wir bereits ein Ende des Bullenzyklus, ja quasi vor der Brust haben. Es ist einfach noch nicht vorbei und die Beschädigung haben wir auch durch die anderen Datensätze soweit nachvollziehen können. Und trotzdem stellen wir uns natürlich die Frage, wo ist denn gerade der nächste wichtige Widerstand? Und der liegt bei ungefähr 66.250 US-Dollar. Und sobald wir es eben hinbekommen sollten, dieses Niveau wieder zu überwinden und eben auch entsprechend in eine Unterstützungszone eben umzuwandeln, dann ist es durchaus realistisch, dass wir in diesem Atemzug eben auch den Ausschwung bis zu einem neuen All-Time-High sehen können. Es bleibt also extrem spannend, was in der nächsten Zeit so passiert. Außerdem darf man dabei natürlich nicht vergessen, dass 5,1 Millionen BTC-Adressen, was etwa 10 Prozent der gesamten Adressen eben ausmacht, BTC zwischen dem aktuellen Preis und dem All-Time-High von über 73.000 US-Dollar eingekauft haben. Das heißt also, wir haben hier viele Investoren, die durchaus ein Interesse daran haben, wieder in diesen Bereich zu kommen und die werden sich natürlich auch im Laufe der Zeit immer wieder dazu entscheiden, den Verkaufsdruck wieder etwas aufflammen zu lassen, weil sie ihre Bestände oder beziehungsweise ihre Einzahlungs-Fiat-Werte dort wieder raus haben möchten und gegebenenfalls auch kapitulieren. Andere werden dann vielleicht weiter akkumulieren in der Zeit. Und gerade wenn es um diese ganzen Bitcoin-Daten geht, dann fragt ihr eben häufig auch, wie sieht es jetzt eigentlich bei den Bitcoin-Spot ETFs aus, bei den digitalen Produkten im Allgemeinen und dazu sind natürlich auch die CoinShares-Daten bestens geeignet. Die gucken wir uns einmal an und ich glaube, man kann es hier gerade schon ganz gut erkennen, wir haben tatsächlich nach vier Wochen Auffluss wieder eine Woche mit Inflows zu verzeichnen gehabt, sind natürlich die Daten aus der letzten Woche und hier sehen wir es gerade schon, dass Grayscale weiterhin Outflows zu verzeichnen hat. Das sind nur noch 171 Millionen US-Dollar, aber wir haben hier eben andere Produkte, die ein bisschen Boden wieder wettmachen und das bedeutet, dass wir hier immerhin auf einen positiven Wert von 130 Millionen US-Dollar kommen. Natürlich geht es hier primär um BDC und dann gibt es hier noch ein paar Altcoins, die ja nicht wirklich relevant sind, aber die natürlich auch in die Werte hier mit reinfließen und natürlich gibt es vor allem in den USA hier die größten Bewegungen mit 135 Millionen, die anderen sind eher zu vernachlässigen. Also haben wir vor allem in der letzten Woche ein bisschen mehr Euphorie gesehen. Das Feuer wurde also wieder etwas entfacht und umso gespannter bin ich natürlich auch, was wir im Laufe des heutigen Tages und im Laufe der Woche natürlich erleben werden, denn ab heute starten natürlich ganz regulär die Bitcoin-Spotty-TFs in den USA wieder und wir werden natürlich auch kontinuierlich die Daten mitbekommen aus Hongkong. Auch da gibt es natürlich das Potenzial mit etwas Bewegung. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Es gibt natürlich auch in dieser Woche wieder relevante Informationen und News, die wir eben auch nicht vergessen dürfen. Auch die habe ich natürlich mit aufgeschlüsselt. Und zwar sehen wir es hier schon, am Dienstag werden die Daten zur Produzentenpreisinflation für den April veröffentlicht. Ein wichtiges Ereignis. Am Dienstag spricht dann der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und wird öffentlich einige Sachen kommunizieren. Am Mittwoch folgen dann eben die Daten der Verbraucherpreisinflation, CPI für April und natürlich auch die Einzelhandelsumsätze. Am Donnerstag werden dann die Daten zur Produktion im verarbeiteten Gewerbe dann veröffentlicht. Und dann gibt es eben im Laufe der Woche noch zwölf Reden von verschiedenen FED-Mitgliedern, die eben auch ganz, ganz viele Themen eben beleuchten werden. Und in dem Atemzug habe ich mich dann mal wieder mit makroökonomischen Themen hier beschäftigt und wollte einfach mal mit aufzeigen, was hier gerade so passiert. Und zwar gibt es mittlerweile wohl Änderungen betreffend der Berechnung der CPI-Inflationsdaten. Kaffee wird aktuell laut dem Kobayashi-Letter wohl nicht mehr in die Berechnung der Verbraucherpreisinflation mit einbezogen. Und dies tritt erstmals mit dem Bericht für April 2024 in Kraft, was eben bedeutet, dass die steigenden Kaffeepreise, die seit September 2023 um massive 78% seit Jahresbeginn um 35% gestiegen sind, nicht mehr reflektiert werden. Diese Änderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Starbucks unter anderem von einem Rückgang des Kundenverkehrs um über 6% berichtet, was auf die hohen Preise zurückzuführen ist. Und diese Entwicklung könnte natürlich darauf hindeuten, dass die offiziellen Inflationszahlen und Daten, die tatsächlichen Preissteigerungen, denen die Verbraucher natürlich eben auch begegnen müssen, möglicherweise nicht mehr vollständig abgebildet werden. Und dies könnte natürlich zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Inflation führen und die FED könnte unter Umständen langsamer auf die Preissteigerungen reagieren. Und natürlich sollten wir das wieder in den Kontext zu Bitcoin setzen. Auch hier könnte natürlich Bitcoin wieder als potenzieller sicherer Hafen und als Hedge gegen Inflation an Bedeutung gewinnen. Wir haben natürlich Preissteigerungen und da stellt man sich natürlich als Investor, aber natürlich auch als normaler Customer die Frage, wie kann ich mein Geld schützen? Und Bitcoin könnte hier die geeignete Lösung sein. Ich bin also sehr gespannt, was im Laufe der Woche noch auf uns zukommt. Es kann durchaus sein, dass wir eine Menge Bewegung sehen werden, was sich natürlich sowohl positiv als auch negativ auf den Preis auswirken kann. Kurzfristig könnte ich mir also durchaus einen Rücksetzer vorstellen. Langfristig bin ich aber weiterhin bullisch eingestellt und glaube, dass wir das Potenzial haben, bis zum Ende des Jahres sowieso noch das ATH mindestens einmal zu übertreffen. Und da bin ich sehr gespannt und werde dich selbstverständlich im Laufe der kommenden Wochen kontinuierlich auf dem Laufenden halten. Und wenn du mich am Ende des Videos noch unterstützen möchtest, dann schau unbedingt mal unten in die Videobeschreibung. Hier findest du nämlich verschiedene sehr interessante Links, unter anderem Bitpanda, der Exchange, auf der ich mittlerweile aktiv meine Kryptowährungen kaufe. Dann hast du hier natürlich eines der besten Kryptowallets, das ich eben auch selber benutze. Und dann gibt es hier ein wunderbares Steuertool, wo du direkt erst mal 10% Rabatt bekommst. Deswegen solltest du es unbedingt mal auschecken. Alternativ dann aber eben auch mein Ex-Profil. Hier kannst du gerne vorbeischauen, um die Daily Posts dir anzugucken und durchzulesen. Und auch meine Telegram-Gruppe mit weit über 450 aktiven Usern, die sich Tag für Tag mit dem Thema Bitcoin und Co. beschäftigen und sich permanent austauschen. Von daher schau da auch gerne mal vorbei. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht's weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf dich,